Ohne dieses Thema jetzt so groß aufzumachen, aber dennoch man auch jetzt noch wahrnimmt, dass auch obwohl die Maßnahmen lange zurückgefahren wurden, immer noch viele mit Filtertüte im Gesicht, so wie ich sie immer nenne, rumlaufen. Und man sich fragt, was ist das bloß für eine Angst? Oder es kann eigentlich nur die Angst sein. Ja, ist es wirklich die Angst vor dem Tod? Oder ist es nicht vielmehr die Angst vor dem ungelebten Leben? Die Frage ist doch, wer von uns hat denn Angst? Oder wer in uns hat denn Angst? Es kann ja nur das Ego sein. Es kann nur der Teil in uns Menschen sein, der unbedingt hier festhalten will. Eine Pseudokontrolle eigentlich über etwas, was man gar nicht kontrollieren kann. Du wärst verzweifelt gewesen, wenn da diese Pseudokontrolle, ich will aber das Kind festhalten. Also welcher Teil in uns hat Angst? Und dann gibt es aber ganz viele Menschen, die haben von Anfang an gefühlt, da ist irgendwas komisch, da stimmt was nicht und haben dann Hingabe gelernt. Sie wurden mit ganz vielen Ängsten konfrontiert, sind tausend Tode gestorben. Ich bin mir sicher, wenn wir hier fragen. Machen wir nachher noch, ja. Jeder hier im Publikum ist in dieser Zeit tausend Tode gestorben. In sich selbst, ganz viele alte Glaubenssätze, Überzeugungen, Sichtweisen, was auch immer. Und dadurch kam aber eine unglaubliche Befreiung in uns selbst. Plötzlich wurde die offenbar, plötzlich wurde die fühlbar. Ja, und ich glaube, bei denen, die die Angst eben oder diese Tode nicht gestorben sind, bei denen ist die Angst nach draußen noch spürbar. Die haben diese Angst noch. Die sind diese Tode noch nicht gestorben. Sie versuchen noch etwas verzweifelt zu kontrollieren und tragen deswegen Maske und was auch immer. Und ich glaube, dass auch diese Menschen jetzt in dieser Zeit an einen Punkt geführt werden, wo es nicht mehr kontrollierbar sein wird. Wie mit dem Kind, wie bei dir. Du konntest es nicht mehr kontrollieren in dem Moment. Ich konnte es vorher nicht mehr kontrollieren. Wir werden an einen Punkt Gott sei Dank geführt, wo wir die Kontrolle aufgeben müssen. Damit uns die eigene Freiheit geschenkt wird. Also das ist meine Wahrnehmung. Beatrice, du. Ich stimme da komplett mit dir überein. Und dennoch glaube ich, dass es verschiedene Ebenen sind, weil dorthin kommt man nur, wenn man sich hindurch gefürchtet hat, wenn man sich hindurch geweint hat. Also ich habe nicht, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, so gesessen und gestrahlt, wie ich das jetzt tue. Sondern es bleibt uns nicht erspart, durch unsere Gefühle hindurch zu gehen. Und ich habe auch einen großen Respekt vor Menschen, die Angst haben, weil auch so viel Angst gemacht wird. Und diese Angst will auch durchfühlt werden. Und auch Angst hat ganz viel mit Trauma zu tun. Und wenn die zu überwältigend ist, dann ist das auch nicht möglich, sie zu fühlen. Da braucht man Begleitung, weil das ist nicht so leicht, da einfach so irgendwie durchzukommen. Und ich bin so froh, dass wir so gute Begleitung hatten auch in der Zeit, weil so einen Schmerz durchzufühlen ist kein Spaziergang. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir lernen es ja eigentlich, den Schmerz zu verdrängen. Wir lernen es ja eigentlich, die Gefühle nicht zuzulassen von Kindesbeinen an. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Genau, deswegen spricht man nicht über den Tod. Weil das tut weh, drücken wir mal weg. Wir haben ja zu funktionieren in einer Leistungsgesellschaft. Und deswegen werden Gefühle weggedrückt. Und was im Moment geschieht mit den Menschen, ist, dass sie eigentlich hindurch gezwungen werden, durch ihre Ängste und ihren Schmerz, durch ihre eigenen Höllen zu gehen. Weil uns gar keine andere Wahl bleibt. Und ich hatte es leicht, dieser Moment in Flammen zu stehen, weil das geht so schnell, da kannst du nicht lange nachdenken. Das heißt, ich musste loslassen. Hätte ich nachdenken können, hätte ich alles getan, um diese Situation zu vermeiden. Letztendlich war sie für mich das allergrößte Geschenk, was ich jemals hätte kriegen können. Aber jetzt haben wir das Problem, dass wir noch Zeit haben, nachzudenken. Und versuchen alle, wir versuchen Wege zu finden, um da irgendwie drumherum zu kommen. Und je eher wir uns den Gefühlen hingeben, mit guter Begleitung, es gibt Gott sei Dank ganz, ganz viele tolle Coaches und Therapeuten, um diese Ängste aufzulösen. Aber die Freiheit, die dann danach kommt, die ist unglaublich. Ich glaube, es ist auch sogar die Freiheit, die währenddessen kommt. Weil in dem Moment, wo man ein Gefühl zulässt, macht es ja unglaublich lebendig. Also ich habe mich unglaublich lebendig gefühlt in diesen vier verbleibenden Monaten. Weil ja jeder Tag so, wir haben jeden Tag so gelebt, als ob es eben jeden Tag vorbei sein könnte, weil uns das gesagt worden ist, dann ist er noch vier Monate geblieben. Und das war, dieses Durchfühlen macht eine große Lebendigkeit. Dieses Durchfühlen, wovor wir alle so eine Angst haben. Aber selbst schmerzhafte Gefühle machen lebendig. Wenn wir immer versuchen, alles zu vermeiden, so wie das gerade ist, wir versuchen nicht krank zu werden, wir versuchen irgendwie... Keine Fehler zu machen. Keine Fehler zu machen, genau. Keine Fehler zu machen, genau zu funktionieren, wir funktionieren alle noch, wir gehen irgendwelche Linien lang und für mich hat das mit Leben dann nichts mehr zu tun. Da liegt aber unser Problem als Mensch generell. Wir sind emotionale Wesen und versuchen unser Leben im Verstand zu führen. Und der Verstand versucht, ein Ziel zu fixieren, irgendwo da vorne. Und dann tun wir alles, um mit dem Verstand an dieses Ziel ranzukommen. Und übersehen, übergehen unsere eigenen Emotionen. Und der Verstand ist ja immer entweder im Gestern oder denkt schon an morgen. Ja, vor allem ist er unfassbar begrenzt. Und er denkt auch ziemlich viel Müll. Das Mädchen, das über Nina kam, die ist nicht im Verstand. Das ist ein Gefühl. Diese Liebe ist nur Gefühl. Wir sind nur Gefühl. Wenn wir uns mal aus dieser Verstandesblase, wenn wir da mal rauskatapultiert werden. Und auch das geschieht bei ganz vielen Menschen im Moment. Die hören auf zu denken. Man denkt dann nicht mehr nach. Erstens, wenn man eben mit so vielen verschiedenen Informationen beballert, dass du irgendwann, da geht der Kopf auf Error. Du meinst jetzt die Bundespressekonferenz. Unter anderem. Ja, aber im Grunde ist das ja der Punkt, wenn du aufgibst halt, dagegen zu gehen, dann öffnen sich plötzlich die Räume. Wieder die Hingabe. Also eigentlich ist es so leicht, diese Spieleanleitung fürs Leben. Annahme, Hingabe. Also es gibt auch ein schönes Buch von Michael Singer, das heißt das Experiment der Hingabe. Also darin beschreibt er, dass er sich immer nur dem Leben hingegeben hat. Und das Leben hat für ihn gezaubert. Dann passiert Magie. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich. Und dann bis zum nächsten Mal.